Waffe verlässt und wir die Chance hätten, die Waffe zu nehmen und ihn dann da zu schlagen. Dass er so für eine Minute gestand ist. Viel Spaß mit Onis Krückenknüppeln. Können wir mal Gary Smodge wieder spielen so? Ja, wollten wir doch mal länger wieder. Oh, danke. Ey! Was ist das? Hast du immer noch Blühneres mit? Hast du nicht? Du bist nicht näher. Na und? Ich hab's trotzdem dabei. Was gibt's da? Was gibt's da? Ich will das wieder... Ja, ich hab's. Siehst du jetzt, wie Arthur aussieht? Siehst du das? Siehst du das? Was ist das? Das ist Legion. Ist so ein ganz normales weibliches Outfit, würd ich sagen. Jetzt fühle ich mich diskriminiert. Ach nein, Lars hat ja gesagt, ich bin männlich, hab ich vergessen. Ja, ich hab eine Palette umgeschmissen. Null. Der Rieschen rennt zu euch. Er weiß, wie wir sind. Woher? Wegen seiner Fähigkeit. Was hat er denn für eine Fähigkeit? Oh mein Gott, ich dachte, du kennst Legion mittlerweile. Boah, weiß ja keiner sehen, wo wir sind, oder? Wenn er jemanden mit seiner Fähigkeit hittet, dann sieht er uns in der Nähe, ja, unseren Heartbeat, quasi. Du Idiot! Also das wär's unnötig, und Mariko, das wär's wirklich unnötig. Ich hab's nicht mal extra gemacht. Der hat's Knockout dabei. Oh, achso, ich krieg's das. Lässt du dich liegen? Nein. Seht ich gar nicht, da bist du. Der Knockout... Ja, so, ja, null. Nein. Er kommt hoch zu euch. Ah, fucking hell. Also der Schreiberling hat mich gerade unterbrocht. Okay, dann rette ich dich halt nicht. Adios, amigos. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Komm, ich block sogar ein Hit für dich. Rauf, so zigzag. Der ist in deiner Fähigkeit, du Idiot. Ja, ich block trotzdem noch ein Hit für dich. Siehst du das nicht? Oh mein Gott. Komm, ich block jetzt noch ein Hit. Wir sind so lost. Ich block jetzt, ich block jetzt für dich. Ja, er jagt mich, du Vogel. Doch, trotzdem. Lass mich nicht hier. Nein. Okay. Er hat überhaupt die ganze Zeit diese Aufgabe, weil diese Schwestflinze da wegzumachen. Arthur, wer sonst? Sorry, Lars. Arthur, lass mich nicht hier. Ich hab mich... Ich hab mich grad recovered. Er ist bei Emily, weil Emily ihn bei mir abgeschmiert hat. I'm so sorry, ich wusste nicht, dass du das bist. Nee. Sie willst nicht hier werden. Da heim ich doch, du Wichser. Meine Fresse, ich muss dich abfangen. Was musst du abfahnen? Ich muss die Leute abfahnen, die hängen. Dann macht er's doch. Ja, wir sind zu viert in einem Match. Ist das nicht so, als ob wir... Wenn ein Random-Zett ist, dann würde ich das hier verstehen. Der ist hier. Der dann rennt. Hey, boah. Was bringt dem Lesen das überhaupt die ganze Zeit mit seiner... Achso, ich glaub, ich kann das retten gehen, weil er ja Marinko jagt. Oder? Ich bin schon da, ich bin schon da. Dann kannst du Lars Chen weitermachen, der war schon voll weit. I'm so sorry, Lars. Ja. Aber du mobst mich immer so, ist es mir eigentlich egal. Boah. So, weil ich asozial bin, heißt das nicht, dass du auch asozial sein sollst. Das macht absolut gar keinen Sinn. Oh fuck, ich hab mich selber outplayed. Nein. Richtig, nein. Nein, ich muss dich menden, dass du... Du denn? Achso. Er will immer noch dich. Ich hab's probiert. Okay. Du bist bei der besten, beim besten Spot auf der Map und du schaffst es nicht in den Zeit. Ich hab die, ich hab die Palette geholfen wollen und hab's, ich weiß nicht, hat nicht funktioniert. Was macht Paul oder überhaupt? Äh, man sieht sicher, wo du liegst. So. Oh, ich hab jetzt im Keller, shit. Hast du, hast du Selfcare? Nee. Ich kann nicht besuchen, Alter. Seid ihr hier? Arthur kommt... Ich bin im Keller. Okay, Arthur, äh... Ich kann, ich kann, ich hab mich auto-dick, dick. Wo bist du denn? Oh, achso. Wow, okay. Okay, dann war ich dich selber, okay. Ja, ich mach 90. So, okay. Ich muss... Amarinko abfarm gehen. Was wär eigentlich, wenn wir alle dieselben Perks hätten wie Lars, dass wir alles 20% oder wie viel schneller machen? Ja, nur 8. Oh, 8% nur, ne? Ja, wohl. Hab's nicht vollgeheilt. Ja, weil ich abgebrochen hab. Achso. Kann ich mal regulärten? Achso. Leute? Ich bin schon auf dem Weg, ich bin schon auf dem Weg. Ich glaub nicht, ich glaub nicht. Das wird nicht, ich mach mal einen Flussversuch. Nein, 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 nein. Warte, ist das der richtige Keller oder der Pseudokeller? Richtige. Ja, der Pseudokeller könnte es sein. Du siehst mich doch, oder? Ja, schnauze ich. Ja, du beeil dich. Naja, das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Ja, Fluchtversuch. Easy. Wo liegst du? Weil er mich mit seiner Fähigkeit geholt hat. Ich will mich selbst werden. Er jagt mich, wir können ihn retten. Nein, ich bin schon da. Ich bin so bad as fuck, boy. Liegst nicht an seiner Appellettung, ne? Ja, nein, ich spielte einfach nur schlecht. Ey, jetzt ne Taschenappellettung, dann hätte ich dich nicht retten können. Was machst du denn? Will ich heil? Du siehst in den Keller. Ja, dann heil mich doch. Ich dachte, du hast es dann abgebrochen. Nein, hab ich nicht. Er kommt Zeug zurück, glaub ich. Ne, er tritt erst mal meinen Jennen rechts hin. Soll ich den retten, oder? Ja, zahlen? Ja, warte noch, Rinko, warte noch. Lass dich nicht, sonst macht er seine Fähigkeit. Er ist noch hier in der Nähe. Er sucht unten rechts die Schränke, warum macht er noch? Ist das so in einem Keller, oder wo? In einem Side-O-Keller, ja, keine Ahnung, warum er die Schränke wiederkriegt. Er ist wieder hier, pass auf, Lars, geh weg. Oh Gott. Er geht jetzt in den Keller-Check. Nein, die anderen beiden sind schon hier. Die Dschänge treten. Ich geh dich holen. Weg, weg. Nun. Marinko will immer heilen. Heilen, ja. Kinematur. War dein Jinn eigentlich weit hier ohnehin? Hm, Pelz, doch, glaube ich. Alter, ich bin tot. Ja, gute Runde, würde ich sagen. Ja, gegen Legion doch immer. Oh, wow. Er ist voll das dritte, mein Jinn. Ablenkung, okay. Ablenkung, OP. Oh, bist du ja sorry! Ich hab den Stein voll in deine Richtung geworfen. I'm so sorry! Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass du da bist. Ja, der ist wieder bei mir, bei deinem Gin. Das mit ist lost. Ja, es sind schon drei Gens vorbei. Oh, der Gin der Killer-Shack ist ja noch gar nicht angefangen worden. Doch. Aber der wurde ja getreten. Er hat poppt, glaube ich. Aber dein Gin hat er nicht zuerst getreten. Stimmt. Okay. Ich mach'n Killer-Shack-Gin. Er tritt den Gin nur wieder. Alter, er will diesen Gin einfach beschützen. Ablenkung. Ablenkung, okay. Jo, wie schön verblut ich denn jetzt? Ja, wenn du nicht rennst, dann geht das nicht mehr. Oh Gott, Ablenkung ist auch nicht okay, er kommt doch hier hin. Hm. Neu ist basically nichts. Oh, ich hab nur den Gin gemacht, sonst ist er so wie im Marathon gelaufen. Also er jagt nicht jetzt. Du kannst den Gin von Arthur weitermachen. Er jagt nicht. Okay. Einmal geradeaus durchnehmen, neben dem Haus. Er weiß wohl. Der Killer-Shack-Gin ist gleich fertig. Drei. Drei. Zwo. Weil der Gin ist gar nicht angefangen. Werde ich. Werde ich. Der ist noch hinter hinter dem Haus, ne? Jaja, hinter hinter dem Haus. Ja, der hat ihn mir abgelassen. Der hat ihn mir abgelassen. Der hat ihn mir abgelassen. Der hat ihn mir wieder zum Gin kommt. Ach. Er hättet ihn locker fertig trinken können, derzeit, ne? Ich hab mit Arzt zusammen in der... Die war ja unten nicht mal sowas wie eine Palette? Nee, die, oder? Ich hab die nicht genommen. Ich hab wahrscheinlich Lars. Oder ich war auf der anderen Seite. Ja, dann geh halt noch mal gucken. Er ist grad bei der Schule da, dann ja. Ja, er jagt mich ja noch hier im Keller. Ah, du vielleicht bist du in Gin jetzt fertig? Oh, ne. Die Palette ist noch hier. Ich bin dabei. Also, ich bin letztens Zollerkel, er ist jetzt weg. Was ist jetzt oben wieder? Lol, er ist schon... Er ist die ganze Zeit hier alt. Ich dachte, er wäre in der Schule. Nein, ich hab doch gesagt, er ist immer noch bei mir an dem Keller. Der will die ganze Zeit an diesem Gen-Campen, Alter. DeadHard! Habe ich doch fasziniert. Nice. Fuck. Ich bin direkt von dem Arc. Ich schien nur einmal. Ich mach's nur Struggle-Face. Komm schon jetzt zu meinem Sohn. Er kommt zu dir, ja. Ja, okay, Mario, versuch den Gen von Art fertig zu machen, denn Art ist fertig. Er kommt zu mir, das bin ich. Also, das bist du doll. Er jagt mich gerade wieder. Und diesmal habe ich hier alle Paletten schon wieder weg. Fuck, ich hab den Gen nicht. Okay, ich rette dich, Art und dann... Soll ich mich selber outplayt? Oder? Habe ich das? Habe ich das? Habe ich das? Ja, habe ich. Okay. Ich konnte ihn lange hinhalten. Guck ich mal. Wir haben echt drei Gens voll weit. Aber... Aber... Leute, warum kämme ich denn hin? Achso. Ich bin durchs vorm Keller. Kommt los. Kommt, glaub ich, wieder zum Gin. Ja, ich seh's. Ich krieg nicht fertig. Der hat mich in seiner Fähigkeit gehauen. Danke. Darf jetzt hab ich noch ein bisschen boost müssen. Ja, ich verfolge mich, er folge mich, er verfolge mich, Emily. Ja. Aber er hat mich gleich. Oh, als ob die Palette... Das ist schon so lächerlich, ne? Arthur, du warst zu weit weg, das habe ich gesehen. Ich war direkt... Ich war schon hinter der Spitze. Nein. Du warst zu weit weg und er hat quasi... Dich mit dem... Mit der Messerspitze noch berührt, bevor du... Hättest, äh... Das hast du drücken können. Okay, win. Oh! Nein. Ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt nicht hier im Keller ist, dann bin ich ripp. Und dann springe ich hier runter, die jetzt direkt vor. Uff. Easy, ne?